Karsten hat Gulasch mit Salat und zum Nachtisch Vanillepudding angeboten. Josi ist an so einem bescheuerten Feldsalat gestorben. Was ist, wenn es wieder Ehek ist? Oder eine andere twilliche Seuche? Mir hat erzählt, dass dein Vater die ganze Nacht gekotzt hat. Das ist alles genau wie damals. Was ist unter Kontrolle? Eben in München liegt ein verseuchtes Lebensmittel in den Regalen. Wahrscheinlich ein Salat. Was ist, wenn wieder jemand stirbt? Was dann? Beeren?